Was ist das hier? Was ist hier? Hast du wohl aufv ancestert? Ja, vielleicht. Das war's für heute. Und die stellen, dass sie das Kerberl haben. So, hier ist es ein Kerberl. Wir haben mit dem Buschen da drüben. Passt es nicht. Bleib ich. Die sind schon sehr. Das ist ein bisschen so stark, als wir sie gerade sehen. Wir sind noch auf den Bühnen und mit einem Geld? Das ist schon ein bisschen neu. Der ist noch etwas Flagen. Wir werden jetzt hier beim NDR hören. Nein, ich werde die Fies schweifen. Ein bisschen Schein. Wie geht es eigentlich? Du, Kürtel, du. Soll der Aufnahme von dir machen? Soll der Aufnahme von dir machen? Vielen Dank. Vielen Dank.